Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und danke auch an das Team für das ganze einrichten. Ich möchte euch heute die Geschichte von Dimitri erzählen. Dimitri ist mir aufgefallen, weil er vor gut fünf, sechs Jahren ein sogenanntes AMA gemacht hat, also ein Ask Me Anything auf Reddit. Und dieses Ask Me Anything lautete so, da war es so überschrieben, ich bin Autor vom Sterben mit Swag Blog und soll in relativer Bälde an meinem gestreuten Hirntumor sterben, fragt mich alles. Dimitri hat damals diese Fragen der Community beantwortet und bei diesen Fragen hatte er auch gesagt, dass er leidenschaftlicher Computerspieler ist. Und diesen Blog, den er hier erwähnt, Sterben mit Swag, der beginnt so. Hallo, ich heiße Dimitri Panov und ich werde bald sterben. Klingt komisch, ist aber so, aber vielleicht sollte ich von vorne anfangen. Dieser Satz, klingt komisch, ist aber so, auch so dieser Titel dieses Blogs, der zeigt vielleicht auch schon so ein bisschen, was Dimitri für ein Mensch war, wie er auch mit seinem Sterben umgegangen ist. Also er hat versucht, möglichst viel Distanz dazu zu haben. Er hat viel mit Humor gearbeitet. Das heißt auch, wenn es jetzt in diesem Vortrag irgendwie auch ein bisschen lustiger ist, dann geht es nicht darum, irgendwie respektlos gegenüber dem Tod, dem Sterben oder erst recht nicht Dimitri zu sein, sondern es soll ja auch dem Person gerecht werden. Und er selbst wollte das auch so. Er hat immer Witze gemacht, dass er am Rumkrebsen ist zum Beispiel. Und das war sein Umgang mit dem Sterben. Dimitri selbst, Dimitri hat Psychologie studiert. Er war damals mit seiner Mutter aus Russland nach Deutschland gekommen, als Spätaussiedler. Jemand, der ein unglaublicher Filmfreak war, der auch seine ganzen Filme katalogisiert hat und dann mit Wertungen versehen hat. Und jemand, der unglaublich gerne Theater gespielt hat, mit ungefähr 20 ist ihm immer wieder schlecht geworden. Ihm wurde schwindlig. Die Ärzte wussten nicht, was es ist. Dann ist er beim Nintendo DS-Spielen in einer Praxis quasi in Ohnmacht gefallen. Dann hat man das richtig untersucht. Und dann kam raus, dass Dimitri einen Hirntumor hat, einen sehr aggressiven. Es gab eine Chemotherapie. Dann sah es ein bisschen besser aus. Dann kam der Tumor zurück. Und irgendwann war klar, dass Dimitri daran sterben wird. Und nicht nur das, es war auch klar, dass der Tumor auf die Wirbelsäule wird drücken werden, sodass Dimitri nach und nach zum Pflegefall werden wird. Dimitri hat auf seinem Blog nicht nur über seine Krankheit geschrieben und über seinen Umgang damit, sondern er hat sehr viel über Computerspiele geschrieben. Einen Ausschnitt lese ich vor. Da kommt auch wieder so ein bisschen das raus, was ich vorher gemeint habe, wie Dimitri mit seinem Sterben umgegangen ist. Gestern für einige Stunden zu Hause gewesen, fast vor Glück geweint, ein wenig in Bloodborne herumgestorben. Dann sich noch die nächste Episode von Tales from the Borderlands gegönnt. Wieder etwas Normalität im Leben, flüchtig, aber beruhigend. Dazu muss man wissen, dass dieses Border, äh Bloodborne, nicht irgendein Computerspiel ist, sondern Bloodborne ist ein Spiel, in dem man permanent stirbt. Also es ist ein sogenanntes Souls-like. Dieses Genre ist dafür bekannt, dass es unglaublich düster ist und man stirbt, stirbt, stirbt. Also in keinem Computerspiel-Genre stirbt man öfter als in einem Souls-like. Und Bloodborne gilt als besonders schwer. Und das hat mich tatsächlich interessiert. Also warum Dimitri, jemand, der weiß, dass er bald sterben wird, als sein Lieblingsspiel ausgerechnet ein Spiel auserkoren hat, in dem man permanent stirbt und das besonders düster ist. Ich bin zu Dimitri gefahren. Wir haben vier Stunden gesprochen über sein Leben, über sein Sterben und natürlich über Computerspiele. Und ich habe ihm genau diese Frage gestellt. Wir hören jetzt Dimitri selbst. Ihr müsst ein bisschen die Ohren spitzen, weil als ich das Interview geführt habe, da war das eigentlich für eine Printgeschichte. Ich wusste nicht, dass ich das mal für einen Vortrag verwende. Deswegen stand das Mikro ein bisschen weiter weg. Ihr müsst also ein bisschen genauer zuhören. Und das war das, was Dimitri dazu gesagt hat. Also glaubst du, dass du einen Tod in einem Videospiel anders erlebst, als ich zum Beispiel, oder Leute, die nicht in deiner Situation sind? Irgendwann das Konzept vielleicht irgendwann, denke ich. Und wie weit? Ich könnte das jetzt nicht so ganz genau sagen. Also das, was ich halt über Bloodborne geschrieben habe, dass man irgendwie lernt, mit dem Tod umzugehen, dass der Tod irgendwie so ein Teil des Spiels eben ist, weil man da ja sterben wird. Also man wird schwer das Spiel einfach zum ersten Mal spielen und nicht dabei sterben irgendwie. Das gehört jetzt zu der Spielerfahrung, zu der Lernerfahrung einfach dazu. Und dass man das irgendwie eben übertragen kann, dass man sich dann auch im echten Leben sagen kann, ja, der Tod gehört einfach dazu. Ich kann das jetzt vielleicht noch nicht verstehen, was es genau bedeutet, aber ich kann es verkraften. Also einfach diese Botschaft, dass ich bald sterben werde, damit, dass ich sagen kann, es muss geschehen. Also es ist einfach ein Teil von dem ganzen Konzept, was ich noch nicht durchschauen kann, aber was, von dem ich ausgehen kann, dass es als Konzept irgendwie funktioniert und irgendwie Sinn macht. Ja, ich finde, das ist eine sehr gute Antwort auf eine ziemlich dumme Frage. Weil diese Frage, so was macht das mit jemandem, der bald stirbt, wenn er im Computerspiel stirbt, die ist natürlich so, die klingt so ein bisschen deep, ist aber völliger Unsinn. Also wirklich völliger Unsinn. Und das ist mir ehrlich gesagt erst aufgefallen, nachdem Dimitri darauf geantwortet hatte, diese Antwort gegeben hat. Weil wir sterben im Computerspiel andauernd. Der Tod im Computerspiel hat überhaupt gar keine Bedeutung. Und schon allein deswegen nicht, weil der Vortrag hier lautet ja, live, die repeat ist halt vermutlich, also kommt vielleicht auch auf die Religion an, an die man glaubt, aber vermutlich ist dieses Repeat im realen Sterben natürlich nicht, gibt im Computerspiel aber natürlich schon. Und deswegen hat das, das Sterben ist eigentlich nur sozusagen die Metapher dafür, dass ein Programm abgebrochen und neu gestartet wird in letzter Konsequenz, also auf Informatik eben. Und deswegen machen sich auch alle lustig über das Sterben im Computerspiel. Es hat einfach überhaupt gar keine große Bedeutung. Wir sterben, sterben, sterben. Also hier GTA, ja, ihr habt unzählige GIFs, wo Leute im Computerspiel sterben. Und dieser Tod ist eigentlich letztendlich so banal und nichtsagend, dass man im Computerspiel vor lauter Leichen den Tod gar nicht mehr sieht. Und wie doof eigentlich die Frage ist und überhaupt die Vorstellung, dass das Computerspiel jetzt ernsthaft oder dieser Tod im Computerspiel ernsthaft zu vergleichen sein könnte mit dem realen Tod oder uns ernsthaft was darüber sagen könnte, merkt man auch, was passiert, wenn man die Frage einfach alle anders stellt. Wenn man nicht über das Sterben im Computerspiel redet, sondern über das Töten im Computerspiel. Da habe ich einen Ausschnitt mitgebracht. Ein Schlimmes. Wie lernen Kinder töten? Spielerisch. An der Videokonsole, am Joystick, dieser Freudenstock mit eingebautem Tötungsknopf, lässt Kinder zu virtuellen Massenmördern werden. Zurzeit entwickelt sich eine ganz neue Subkultur. Man trifft sich zu großen Partys, vernetzt seine Computer und tötet gemeinsam. Ja, man trägt sogar Meisterschaften aus im Morden per Mausklick. Felix ist der Beste von ihnen. Er ist Zivildienstleistender. Warum macht das Spaß, Leute zu erschießen? Komm, das ist, für mich ist das ein Spiel. Es geht mir nicht darum, geil, jetzt habe ich den umgebracht. Ich weiß nicht, Mensch, ärgere dich nicht. Da geht es ja auch darum, was schlägt man Figuren oder Mühle. Da wird der Bauer weg. Da frage ich da auch nicht, was passiert mit dem Bauern? Wie habe ich den da jetzt geschlagen? Habe ich den da niedergemetzelt oder so? Ein Spiel ist... Ja, also ihr lacht natürlich alle, ja, aber letztendlich ist das nicht so weit entfernt von der Frage, die ich Dimitri gestellt habe. Also bei dem einen ist die Vorstellung, Computerspiele das ist jetzt töten und ich frage halt Dimitri, wie ist das mit dem Sterben im Computerspiel? Das Sterben im Computerspiel hat genauso wenig eine Bedeutung. Das ist halt das Interessante, das ist halt maximal und das sagt dieser Mensch auch. Es ist halt eine Metapher. Es hat keine Bedeutung. Natürlich erschieße ich hier niemanden. Das ist halt wie beim Bauer, der fällt und fertig oder geschlagen wird. Und deswegen, weil das so wenig Bedeutung hat, fallen uns im Computerspiel dann die Tode, die dann in irgendeiner Art und Weise vielleicht narrativ besonders sind, umso mehr auf. Hier haben wir Final Fantasy VII, glaube ich, ist das. Das ist der Tod von Aerys. Das ist so einer der berühmtesten Computerspiel-Tode, weil das damals noch was überraschendes war und gut inszeniert war. Und das war halt auch eine bekannte Person und so. Da hatte niemand damit gerechnet. Also das fällt dann auf, weil da mal was anderes vielleicht mit dem Tod im Computerspiel auch gemacht wird. Dann hier Darkest Dungeon, eines der Spiele, das mit sogenannten Permadeath-Arbeit, das heißt, wenn die Figur tot ist, ist sie wirklich, also kann man sie nicht mehr so einfach wiederherstellen. Aber eines eigentlich, das Spiel, das am besten mit vielleicht jetzt Tod oder zumindest Vergänglichkeit umgegangen ist, ist ein Spiel namens Loose Loose. Und zwar ist das hier unten ein kleines Raumschiff. Oben hat man halt so Monster, die man erschießt. Das Ding ist, diese Monster entsprechen Dateien auf der eigenen Festplatte. Das heißt, wenn man so eine zufälligen Dateien und wenn man die abschießt, dann sind die für immer gelöscht. Also das ist, das ist, das ist tatsächlich ein Spiel, das mal anders mit diesem Thema Vergänglichkeit umgeht. Ganz bekannt ist dieses ganz bekannte Spiel, dessen Namen ich jetzt leider in der Aufklärung vergessen habe. Andertel, danke. Das so damit umgeht, dass man wie in jedem Computerspiel durch diese Welt geht, irgendwelche Monster erschießt, erlegt, tötet, wie auch immer. Und dann irgendwann wieder durch diese Welt geht und dann eigentlich niemand mehr da ist. Also wo man dann eben auch mit diesen Folgen konfrontiert wird. Aber ansonsten, wie gesagt, Tod ist Banalität. In der Regel bekämpfen wir den Tod in Form von unzähligen Untoten. Zombies. Oder was natürlich auch passiert ist, dass es uns dann auffällt, wenn es nämlich überhaupt nicht funktioniert. Weil nämlich zum Beispiel die Game Designer dem Tod irgendeine Bedeutung geben wollen, aber die Spielmechanik des Computerspiels eben im Tod nichts mehr erkennt als eben nichts. Also als eigentlich nur eine Wiederholung eines Programmablaufes. Bekanntes Beispiel Tomb Raider. Lara Croft, das war das Remake. Man wollte Lara Croft mit mehr Tiefe ausstatten und sie ein bisschen düsterer machen und interessanter. Und dann hat man sich überlegt, okay, wir machen eine Szene, wo Lara Croft am Anfang ein Reh oder ein Hirsch erlegt. Und dann zeigt man Lara Croft, wie sie an diesen Reh dann kniet und um dieses Reh oder um diesen Hirschen weint und so. Und jetzt sagt aber das Computerspiel zugleich auf der mechanischen Ebene, dass das Töten überhaupt keine Bedeutung hat. Das heißt, eine halbe Stunde später mordet und tötet sich Lara Croft halt durch dieses Computerspiel und tötet irgendwie minutenlang Menschen. Ja, da sieht man, das eine passt nicht zu dem anderen. Und jetzt ist natürlich die Frage, haben, also jetzt habe ich hier eine Viertelstunde irgendwie geredet und habe im Prinzip nur gesagt, dass das, was ich jetzt hier vortrage, überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, gibt es nicht vielleicht doch etwas, was man über den Tod und das Computerspiel sagen kann? Hat der Tod im Computerspiel nicht vielleicht doch eine Bedeutung? Und er hat zwei Bedeutungen, würde ich sagen, die relevant sind. Die eine hören wir jetzt von Dimitri. Helfen Videospiele in deiner Situation, glaubst du? Teilweise, wenn man, also teilweise haben die geholfen. Jetzt von meiner letzten OP, als ich große Schmerzen hatte, hat mich das teilweise ganz gut abgelenkt einfach, Blattborn zu spielen. Ansonsten, ja, wenn man sich so ein bisschen reindenkt, wie ich das beim Blogschreiben manchmal mache, kann man da gewisse Parallelen erkennen, die irgendwie das Ganze, ja, ich sage jetzt mal, interpretierbarer machen, irgendwie verständlicher machen. Inwiefern? Ja, dass man irgendwelche Inhalte oder Erfahrungen aus dem Spiel irgendwie darauf beziehen kann, wie man halt Erfahrungen eben mit dem Krebs macht, mit der Krankheit, mit den Schmerzen und sowas. Hast du da ein Beispiel? Ja, eben, dass man sich nicht runterkriegen lässt, wenn man irgendwie mal ein richtig heftiges Tief hat. Eben vergleichbar mit vielleicht einem besonders schweren Boss in Blattborn oder einem besonders schweren Rätsel in the Witness oder so. Dass man da immer noch irgendwie eine Möglichkeit findet, dagegen vorzugehen, das irgendwie zu schaffen. Dass man irgendwie eigentlich immer die Möglichkeit hat, das irgendwie zu seinen Gunsten zu lösen oder zu bewältigen zumindest. Ja, und das ist es eigentlich. Also Computerspiele als auch Bewältigungsstrategie, die sogar in einer Situation, in der Dimitri war, ja, helfen mit dem Tod, mit diesem Schicksal klarzukommen. Wie mit anderen Tätigkeiten auch. Also Dimitri hat ja das Blogschreiben zum Beispiel erwähnt. Es gab ein Spiel, Dead Dragon Cancer hieß das, das ist sogar erschienen, als Dimitri noch gelebt hat. Und er hat das auch gespielt, fand das super. Da hat eine Familie den Krebstod des eigenen Kindes im Computerspiel verarbeitet. Also das, glaube ich, ist so das Eigentliche, dass nämlich Computerspiele über den Tod nichts zu sagen haben, aber über das Leben halt schon und über das Leben mit dem Tod und mit dem Umgang mit dem Tod. Und die zweite Sache, würde ich sagen, hat mit dem Weiterleben zu tun. Hier sehen wir einen Djinn in dem Online-Rollenspiel World of Warcraft. Und dieser Djinn ist, er kennt man nicht so richtig, aber ist Robin Williams nachempfunden, dem Schauspieler, der 2014 gestorben ist. Er war ein großer Computerspiel-Fan sowieso, hat seine Tochter, glaube ich, Zelda genannt. Und er war großer Fan von World of Warcraft. Und dann hat man ihm ein Denkmal in World of Warcraft gebaut. Und solche Beispiele gibt es viele. Also ich habe ein paar rausgesucht. Ein junger Mann, der gestorben ist, der großer Fan des Strategiespiels Total War Rome 2 war, der dort als Figur verewigt worden ist. Dann gab es den Fall Michael Memerine hieß der. Ähnliche Geschichte, der ist jetzt ein Händler in dem Spiel Borderlands. Es gibt ein, Trevor hieß er offensichtlich mit dem Namen, weil nach ihm wurde eine Waffe in Borderlands benannt. Er wollte als Waffe sozusagen in diesem Spiel weiterleben. Es gibt einen Fußballer, der gestorben ist und dann in FIFA quasi weitergelebt hat. Und das ist, glaube ich, das Zweite, dass Computerspiele immer mehr auch zu so Gedenkorten werden. Und das ist eigentlich relativ logische Entwicklung. Also hier sehen wir eine Werbung von PlayStation 2 von vor, weiß nicht, 20 Jahren oder sowas. Und der Slogan der Werbung war PlayStation 2, the third place. Und das hat niemand verstanden. Man hat so gedacht, so wie, wo will jetzt irgendwie Sony nur an Platz drei sein hinter Nintendo und Microsoft oder was? Worum es natürlich ging, ist, dass es gibt in den USA, ist irgendwie first place ist zu Hause und second place ist die Arbeit und als third place wird die Freizeit bezeichnet. Also sowas wie die Bowlingbahn oder sowas. Und da war die Idee schon von Sony, wir vermarkten unsere Konsole als third place, um zu sagen, okay, das ist sozusagen das third place, wo ihr euch aufhaltet. Das war natürlich irgendwie viel zu früh. Aber wenn wir uns natürlich jetzt angucken, welche Rolle Computerspiele heute spielen und vor allem, wie sie aufgebaut sind, hat sich durch Corona auch nochmal verstärkt, dann sind Computerspiele tatsächlich sehr auf dieser third place. Also wenn wir an sowas denken wie Ariana Grande Konzerte auf Fortnite oder was weiß ich. Also da gibt es einfach sehr, sehr viel. Und da ist es dann nicht überraschend, dass diese third places auch zu Orten des Gedenkens werden. Hier sehen wir Minecraft, werden verstorbenen Spielern, also Gedenktafeln gebaut. Oder hier zum Beispiel haben wir eine Gedenkveranstaltung für einen Mitglied. Ich glaube, das war Final Fantasy Online für ein Mitglied, das gestorben ist und sich sehr in diesem Spiel engagiert hat. Das also sind die zwei Bedeutungen vom Tod. Also Therapie, wenn man so möchte, und Gedenken. Das ist die eigentliche Verbindung zum Computerspiel und nicht das Sterben im Computerspiel an sich. Dimitri ist, kurz nachdem ich ihn besucht habe, gestorben, mit 25 Jahren. Es war damals so, dass er seiner Mitbewohnerin, die auch so das Testament verwaltet hat, hat er den Auftrag gegeben, eine Nachricht zu hinterlassen auf seinem Blog und auf Facebook. Und das war dann die große Frage, was Dimitri eigentlich zu sagen hat, seiner Familie, seinen Freunden. Und am Tag, als er verstorben ist, ist diese Nachricht erschienen. Und die lese ich jetzt mal vor. Lebt wohl, meine Freunde, war schön mit euch. Lebt wohl, Welt. Du warst die Tollste, in der ich hätte sein können. Lebt wohl, Welt. Lebt wohl, Leben. Ich hätte kein Besseres haben können. Und Dimitri hat ein kurzes Leben, aber das war seine letzte Botschaft. Und ich glaube, das Beste, was man vielleicht über Computerspiele sagen kann, ist, dass sie einen Beitrag dazu geleistet haben, dass Dimitri zwar ein kurzes Leben hatte, aber eins, über das er gesagt hat, dass es besser nicht hätte sein können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Also ich würde noch Fragen beantworten, welche da sind. Ich meine, jetzt haben wir noch Zeit, oder? Hi. Weniger eine Frage, mehr ein Feedback. Ich habe was komplett anderes erwartet. Ich bin dir aber sehr, sehr dankbar für diesen Vortrag. Auch die Art und Weise, wie du das verknüpft hast, was du für Themen angesprochen hast, hat mich sehr berührt. Ich danke dir dafür. Sehr gerne. Ja, auch von mir vielen Dank für den Vortrag. Ich diskutiere mit Eltern immer sehr häufig über dieses Thema. Die sagen immer, ja, die sterben da, die sterben da. Du hast es ja am Anfang auch schön gezeigt. Hättest du einen schöneren Begriff, den wir nutzen könnten? Doofe Frage, aber es ist so für mich immer so. Ich habe keinen Bock mehr von Sterben und Tod in Computerspielen zu diskutieren. Also mir würden wahrscheinlich, wenn ich darüber nachdenken würde, schönere Begriffe einfallen. Ich fürchte nur, dass der Zug da einfach abgefahren ist. Also ich glaube, genauso wie man halt im Schach vom Schlagen spricht, was ja irgendwie auch ein aggressiver Begriff ist, wenn man so möchte. Und das Spiel ist jetzt, weiß ich nicht, ein paar hundert, tausend Jahre, also tausend Jahre alt. Ist das, glaube ich, im Computerspiel auch so eng verbunden. Aber vielleicht ist es, wäre es mal sinnvoll, eben genau dieses Sterben und Töten mal so ein bisschen zu hinterfragen. Also dieses, dieses, man sieht die Leichen vor lauter Töten nicht so, ja. Und ich meine, die Jagoda, die heute einen Vortrag gehalten hat, die hat, da war zum Beispiel dieses Nintendo, dieser Nintendo-Shooter, ums den dort ging. Und vielleicht, ich meine, das ist auch ein Shooter, aber da werden, wird trotzdem nicht auf Menschen geschossen, auf menschenähnliche Figuren geschossen. Und vielleicht wäre es auch mal so eine Frage, ob man nicht andere Metaphern wählen kann, auch im Spiel, ja. Also man kann ja auch Shooter oder Schießen oder sowas irgendwie anders machen, muss er nicht immer irgendwie in Militärklamotten durch weiß nicht was sein, ja. Und ich glaube, wenn man das erreichen würde, wäre vielleicht die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, dass man irgendwann auch zu neuen Begriffen kommen würde. Solange aber die Metapher und das, was man dort sieht, so ähnlich dem ist, was wir halt aus der realen Welt kennen, glaube ich, wird das nicht helfen. Herzlichen Dank für den Vortrag. Ich hatte großen Spaß dabei zuzuhören. Eine kurze Anekdote. Es gibt ein Computerspiel, das heißt What Remains of Edith Finch. Und in dem geht es, für die Leute, die es nicht kennen, um eine junge Person, die zurück in ihr Elternhaus kommt und quasi auf den Lebensgeschichten der vorher gestorbenen Person unterwegs ist. Dieses Spiel löst sich auf, indem man feststellt, dass die Hauptperson dort auch gestorben ist. Ich kenne Leute, die das mittlerweile im seelsorgerlichen Kontext einsetzen für Menschen, die wissen, dass sie bald sterben werden. Also glaube ich, dass zwischen Computerspiel, dem Sterben im Computerspiel und dem realen Sterben vielleicht doch mehr Verbindungen existieren, als wir manchmal vermuten. Und ich glaube auch, wenn wir sagen, gibt es ein anderes Wort für Sterben, vielleicht ist das Sterben gar kein böses Wort, sondern die Einstellung, die wir dazu haben und die Angst davor, die wir dann äußern in, naja, oh Gott, die Kinder sehen die ganze Zeit, Leute sterben im Computerspiel. Vielleicht ist es mehr unsere Einstellung zum Tod, die wir nochmal überdenken können. Dankeschön. Also ich bin sehr dankbar für den Hinweis auf Remains of Edith Finch, weil das wäre natürlich auch, ist genau so ein Spiel, das auch mit dem Tod völlig anders umgeht. Und also das wusste ich nicht, dass das auch in diesem Kontext eingesetzt wird. Spricht aber natürlich so für die These, dass eben Computerspiele da auch ein Potenzial haben. Also in der Therapie oder Therapie ist ein großes Wort, aber einfach Menschen zu helfen in solchen Situationen. Menschen zu helfen. 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 Vielen Dank.